Opa, was wird hier gebaut? Ich weiß es nicht, mein Junge. Was wollen Sie hier? Wir wollten nur spazieren gehen. Was wird denn hier gebaut? Wir bauen denn einen Flughafen für Köthen. Was? Einen Flughafen? Gibt es etwa wieder Krieg? Ich habe selber am Krieg gekämpft. Es war schrecklich. Junge, komm, wir gehen weiter. Aber ich will nicht. Keine Widerrede. Komm mit. 20 Jahre später. Ich hätte auf meinen Opa hören sollen. Er hatte recht. Im Krieg gibt es nur Leid und alles nur wegen irgendwelchen Machtspielen. Kommen Sie bitte mit. 55 Jahre später. Guck mal, mein Enkel. Von da aus bin ich damals in den Krieg gestartet. Aber merkt ihr eins. Ziehe nie in einen Krieg. Es ist nicht gut für alle. Ich weiß es nicht, was 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 ich weiß es nicht,